was geht ab leute von mir wenn ihr dieses video hier seht dann läuft das event bereits ich hoffe ihr nutzt es aus und ich hoffe ihr seid draußen und nutzt es aus dementsprechend hier auch nur ein kurzer hinweis und zwar nächste woche findet bei uns hier in münchen wieder perchnett statt ich erinnere mich noch an die erste und echt krass wie sich der name verbreitet hat und b das jetzt in allen städten perchnett stattfindet weiß zum beispiel in berlin findet nächste woche auch eine stadt und ich habe noch so viele andere städte gehört also echt cool wie sich das alles verbreitet hat vielleicht noch ganz kurz zum also erstmal alle infos zum event für münchen nächste woche und dann erzähle ich euch allgemein noch was zum pötzschneid findet nächste woche statt datum seht ihr hier und wie immer kostet das fünf euro pro person bitte nicht mich anschreiben bitte nicht mir spenden es geht alles direkt an philipp falls ihr von außerhalb kommt und damit machen wollt links unten in der beschreibung zu philips paper und einfach fünf euro geschicken pro person mit eurer handynummer und der nachricht dass ihr da mitmacht und dann werdet ihr irgendwann hinzugefügt bitte nicht so ungeduldig sein manche spenden und dann fragen sie direkt danach wann sie eingefügt werden also da echt bitte geduld und ich habe es gesehen in amsterdam da habe ich auch einen großen aufruf gemacht und da haben sich echt viele gemeldet was cool ist aber das war so viel arbeit für mich und da muss ich jetzt sagen leute ein bisschen mehr chillen dort und das wird schon alles gemacht keine sorge auf jeden fall wer der bock hat ich werde ab und zu am start sein mal schauen ein zwei fahrten gehen auf jeden fall vorbeischauen lohnt sich nebulak 100 prozent richtig saftig die neuen geister aus gen 3 versuche ich alle auf 100 prozent natürlich zu bekommen formato fehlt mir noch traumfugil tragosso also sollte sich auf jeden fall schon mal lohnt und würde mich freuen wenn ihr vorbeischaut wie gesagt alles an philipp ich habe keinen bock da kein bock und keine zeit da irgendwas zu übernehmen an arbeit einfach geld an philipp schicken und dann da war es das ihr macht es echt manchmal viel zu kompliziert mit euren ganzen nachrichten und ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz erklärt was plötzlich überhaupt ist ihr wisst die map läuft über bots die bots laufen rum und scannen das gebiet und dann werden die guten sachen an uns mitgeteilt und dann werden sie zum beispiel auf der map angezeigt oder in unserem chat und seit einer gewissen weile können nur noch level 30 bots die erwies von dem pokémon herausfinden und zumindest dieselben erwies die wir haben weil unter level 30 sind die erwiese für alle unterschiedlich dementsprechend nur ab level 30 von bedeutung und dementsprechend müssen alle bots level 30 sein hat diese bots werden halt schnell geschert band oder komplett geband und dementsprechend können die map nicht rund um die uhr alles scannen auf alle wies das ist schon lange nicht mehr möglich und porscht hat deshalb so eine erfindung wo die bots einfach frei rumlaufen einfach auf die stadt auf die welt los gelassen werden normal versucht philipp die bots immer so gerade so unter dem band limit zu halten dass sie halt nicht gewöhnt werden und das hier ein frei rumlaufen können aber das hat nicht so effektiv da können sie nicht ihr volles maximum ausnutzen und meistens ist halt so dass sie trotzdem gewöhnt werden und es ist halt echt gar nicht so effektiv genau wie bei dragon ball die schweren klamotten werden ausgezogen für die bots die bots können machen was sie wollen die begrenzung wird aufgehoben und die laufen einfach frei rum und scannen alles was ihnen unter die finger kommt und dementsprechend finden wir da alle 100 prozent pokémon die es halt dort gibt also da kommt jetzt nicht einfach so 100 prozent gelachse oder so diese weiterhin selten aber von den kleinen sachen und von den event sachen natürlich müssten da genug sachen kommen und ja so läuft das ungefähr ab und es dauert ungefähr drei bis fünf tage manchmal auch sechs bis die bots dann komplett gewendet werden dann haben sie sozusagen ihren geist aufgegeben aber bevor sie sterben scannen sie halt alles was sie sehen und so läuft plötzlich keine grenzen keine regeln es wird einfach gescannt keine freunde keine rücksicht einfach nur die jagd auf 100 prozent dementsprechend verstand und nächste woche bei uns ich würde mich freuen wenn ihr da vorbeischaut und wenn ihr noch einen platz frei habt für mich könnt ihr euch auch melden und dann gehen wir auf die jagd ansonsten war es das nutzt das event noch aus und wir mal liken subscribe kommentieren schaut weiter vorbei falls ihr in der nähe von münchen wohnt und folgt mir auf instagram facebook und twitter check die anviser ab und vergesst nicht pokémon sie ist business